Was geht ab, Leute? Einen außerirdischen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalendertürchen. Und zwar öffnen wir heute das fünfte Türchen am Adventskalender. Und ja, ich habe auch schon vor mir aufgeschrieben, was, oder vor mir liegt es auf dem Zettel, was ich denn heute als Geheimnis verraten möchte. Und zwar ist es nicht wirklich ein Geheimnis, weil jeder kennt es und merkt es eigentlich auch. Und ich würde sagen, ich warte jetzt kurz ab, bis die 30 Sekunden abgelaufen sind und dann in der Runde werde ich es euch sagen. Was spielen wir heute? Kurz noch bevor ich jetzt cutte, wir spielen heute eine Runde TNT-Run, meine ich, Entschuldigung. Bis gleich. Also Leute, wir spielen heute eine Runde TNT-Run. Ups, und da bin ich auch schon einen Stock weg tiefer gefallen, weil der die ganze Zeit vor mir rennt. Nun ja, was ist denn das heutige Geheimnis? Und zwar, ich denke, ich habe es in dieser Folge auch schon mehrfach Dankeschön gehabt, dass ich einfach mich verspreche. Ich verhaspel irgendwelche Wörter, weil ich viel zu schnell irgendwelche Sätze sage. Ich habe natürlich, oder ich versuche es immer darauf zu achten, aber das funktioniert leider nicht immer so gut. Ähm, ja, weil ich einfach irgendwas sagen möchte, bevor ich es wieder vergesse und hier lagts irgendwie. Und ja, meistens ist es dann ein bisschen problematischer. Oha, das war knapp. Also, warum lagts plötzlich hier so? So, habe ich dann mal eine Granate auf den geworfen. Ich versuche mal hier ein bisschen wegzugehen, weil irgendwie verursachen die richtigen Lags. Okay, und da bin ich jetzt auch noch hier oben als Einzester auf der Plattform. Das heißt, wenn ich es gut anstelle, könnte ich der Letzte sein, der überlebt. Ja, abgesehen von den Lags, dass die gerade heftig sind, man. Also, die seht nicht nur ihr in der Aufnahme, die sehe auch ich. Oh mein Gott. War das schlecht gerade. War das schlecht, man. Ich habe hier noch so einzelne Block Destroyer, den kann ich vielleicht mal vor den da werfen. Jo, wahrscheinlich. Warum trifft er immer mich und aber ich nicht ihn? Ja. Oh mein Gott, wir haben gewonnen, liebe Leute. Oh mein Gott. GG. Ich würde sagen, wir spielen einfach noch eine Runde. So, liebe Leute. Jetzt sind wir auch endlich mal in der nächsten Runde. Ich habe jetzt bestimmt 10 Minuten. Ja doch, 10 Minuten kommt hin. Ey. Ich habe bestimmt 10 Minuten gewartet, bis die neue Runde angefangen hat. Toll. Und da bin ich dann auch schon mal wieder runtergefallen. Eigentlich ist das jetzt nicht die zweite, sondern eher gesagt die dritte Runde, die ich jetzt aufnehme, weil in der zweiten habe ich irgendwie einen Fehler gehabt und einfach angefangen, die dritte Folge, oder was heißt die dritte, die morgige Folge aufzunehmen oder zu moderieren. Und irgendwie war das ein bisschen strange. So im Nachhinein, kurz bevor ich die Runde fertig war, habe ich gedacht, hä, irgendwas stimmt nicht. Und ja, also sind wir jetzt hier in der dritten Runde quasi und versuchen hier unser Bestes. Und der Typ hinter mir, der ist einfach schon extrem gut. Welcher ist denn das? Einer nur? Als ob die alle runtergefallen sind. Oh mein Gott, das wird immer knapper, immer knapper, immer knapper und hier unten ist einfach schon fast alles weg. Hier kann ich noch lang, hier noch lang und jetzt hier und jetzt hier rüber springen. Ich muss wieder ein bisschen rennen. Jetzt kann ich hier und da und hier wieder rüber. Hm. Also wenn der von ganz oben hier eins runterfällt, dann fällt er auf jeden Fall zwei runter. Aber er ist immer noch da oben, what the fuck. Hier ist noch ein bisschen ein Stück, wo ich langlaufen kann. Und dann hier. Ich habe gewonnen. Oh mein Gott. Ein Weihnachtswunder. Oh je. Okay, liebe Leute, das war dann jetzt der zweite Sieg in der dritten Runde. Quasi für euch die zweite. Also zwei Runden für euch und zweimal gewonnen. Das ist natürlich nice. Ich werde jetzt hier in dieser Folge trotzdem noch kurz diese Kiste öffnen, ja. und schauen, was ich hier rausbekomme. Und. Wie immer nur Coins. Ich hätte immer gerne irgendeinen Rang oder so. Und nein, ich werde mir keinen kaufen. So, liebe Leute. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen. Wenn ja, schließt doch gerne mal den Like-Button ins All. Und teilt das Video auch gerne mal mit Freunden und Verwandten. Und das war eigentlich der Standardspruch für normale Videos. Das ist ja eigentlich ein Adventskalender. Also. Ja. Haut rein. Ich hoffe, ihr seid morgen auch wieder da. Und bis morgen. Ciao. Ciao. Vielen Dank.